Voll inklusiv, Spätfrühstück, das gleiche wie überall und hier kann man hier draußen sitzen, hier sind die Zimmer und hier vorne ist das Rio Weltmeier, das ist direkt weiter ran und dann kommt der Strand, ist halt in zweiter Reihe, das ist halt der einzigste Nachteil hier, aber dafür meistens etwas günstiger.